ja hallo wpu heute ganz kurzes vorstellungsvideo es wurde über dieses gewehr schon viel erzählt vom r gandhi der zum beispiel gutes video darüber gedreht ich wollte nur mal eben nur kurz meine zeigen und zwar handelt es sich ja genau um die mauser k98 als pcp ich habe lange darauf warten müssen bis endlich die waffe angeliefert wurde ich fange einfach mal hinten an also ja sehr 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 schöner schafft wie ich finde richtig gut verarbeitet alles auch so ein bisschen mit maserung drin schön dunkel gehalten schön glatt spettierhebel lässt sich also sehr gut bedienen ich habe also erst mal so ein 4 x 32 weiter zf drauf gebaut mit hohe beine damit hier später dieses zwölf schuss magazin hier also drunter passt sonst haut das ja gar nicht hin hier im moment ist der einzuschuss adapter drin ich habe sie eingeschossen wie gesagt mit dem einzuschuss adapter das geht auch aber sinn der sache ist natürlich dass man wie gesagt das magazin dann nimmt ja wunderbar schießt gut sie ist sehr leise wirklich sehr leise schöner langer lauf alles schön glatt verstellbare kimmel hier auch das ganze möglichst authentisch gehalten angedeuteter putzstock putzstab ja das korn hier ja wie gesagt der r gandhi hat ein ausführliches video da drüber gedreht deswegen gehe ich jetzt nicht so drauf ein vielleicht war sein ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler das weiß ich nicht was kann ich noch sagen ich habe gerade eben ich habe sie angeschossen mit ganz normaler hahn ein ekons 45 oder hatte ich die mit 46 gramm 47 gramm hatte ich welche und ich habe sie gekront und also erstmal habe ich ein bisschen aufgepumpt 200 bar also 100 milliliter tank ist hier drunter und 200 bar ist der maximale druck ich habe also dann auch wie gesagt auf 200 bar aufgepumpt ich habe ein ja ich habe sie gekront von 175,5 meter bis 180,3 also das ist richtig gut und ich habe einen schnitt von 178,23 meter pro sekunde wie gesagt geschossen mit 47 also 0,47 gramm harnen exite econs mal sehen wie das so alles jetzt aussieht wie viel schuss man so machen kann der r gandhi hatte wohl empfohlen so bis 80 bar und dann aufbohlen er hatte glaube ich 147 schuss ich denke so ähnlich würde ich das dann auch machen ich schieße ja bekanntlich immer so durchgänge a20 stück also 120 denke ich werde ich dann machen und dann sagen eben aufpumpen ich würde gleich mal eben drehen zur anderen seite so die andere seite fast das gleiche in grün ja ja mal eben den schönen aufzug mauser k98 ansonsten hier für den riemen wenn man möchte kann man also ein original riemen anbringen und hier vorne genau an der seite ist dann der andere riemen halter gefällt mir etwas nicht ganz so gut ja es ist natürlich sehr viel kunststoff 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 also sehr viel auch im kunststoff dafür ist das gewehr sehr leicht der abzug ist recht recht gut für den anfang finde ich also ein kurzer vorzugs weg dann haben wir den haltepunkt und dann haben wir auch schon sofort den losbrechen moment also ich komme damit gut klar jetzt erst mal die einschießen und dann sehen wir dann weiter ich werde auf jeden fall noch berichten in diesem sinne bis dann euer schleuper